Simon Bodemann, für das Flyers-Ministerium mal auswärts anzertreten. Jetzt geht es bereits wieder auf Davos. Was kann man für ein Spiel erwarten? Es ist immer schwierig in Davos oben, aber jetzt haben wir zweimal hintereinander verloren. Jetzt gehen wir wieder hoch und wollen unbedingt gewinnen. Sprechen Sie an, zwei Niederlagen im Volk. Sind jetzt die Flyers für den Hochflug wieder oben runtergekommen? Ja, klar. Wir sind ein bisschen gestoppt worden. Aber ich meine, wir gehen weiter. Wir spielen weiter, so wie wir in der Anfangssaison gespielt haben, wo wir immer gewonnen haben. Es sind zwei Niederlagen, das ist nichts. Es ist nicht so, dass wir jetzt zum Loch sind oder so. Aber wir sind morgen auf Davos und gewinnen das Spiel. Wollen wir am Spiel jetzt etwas besonders anderes auf das nächste Spiel sehen? Wir müssen viel mehr laufen. Wir müssen mehr unsere Beine brauchen, die Schiebe zum Ball bringen. Und dann können wir auch gerne mal.